Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welser, Direktor einer Stiftung, die sich der Zukunftsfähigkeit widmet mit dem schönen Namen Futur 2. Ich grüße Sie, schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Futur 2 ist ja diese wunderbare Zeitform, mit der man ausdrückt, was in der Zukunft dann wiederum in der Vergangenheit sein wird. Also wir werden am Ende dieser Stunde miteinander gesprochen haben über das, was heute auf der Tagesagenda steht. Gleich erst mal über etwas, was für viele schon jetzt Präsens, Realität ist, das Homeoffice. Das wird Normalität geworden sein, wünscht sich der Arbeitsminister dank des Rechtsanspruches, den er einführen will. Herr Welser, wie oft arbeiten Sie von zu Hause? Naja, ich arbeite ganz überwiegend von zu Hause aus, zumal jetzt an den Unis auch weitgehend Online-Lehre stattfindet und ich bin ja ansonsten sowieso ein Schreibtischtäter. Also für mich ist das fast normal. Ja, jetzt sind wir hier im Studio. Das ist für diese Sendung auf jeden Fall notwendig, weitgehend notwendig. Da können wir auch noch über digitale Möglichkeiten nachdenken. Sagen aber erstmal guten Tag an alle, die uns zuhören, egal wo sie gerade sind. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Wer zu Hause arbeiten kann, der soll es bitte tun. Das ist die Realität für ganz viele in Corona-Zeiten. 14,6 Millionen Menschen, das ist rund ein Drittel aller Beschäftigten in Deutschland, arbeitet teils oder ganz von zu Hause. Ja, schönen Gruß an alle, die uns möglicherweise gerade in ihrer Home-Kantin-Mittagspause hören. Sie können sich ja gerade mal selbst fragen, ob Sie das eigentlich gerne auch nach Corona so fortsetzen wollen. Wenn ja, dann wird Sie freuen, was Hubertus Heil, der Arbeitsminister, will. Es ist wichtig, dass wir das Recht schaffen, für Beschäftigte von zu Hause aus arbeiten zu können, da, wo das betrieblich geht. Aber es ist auch wichtig, dafür zu sorgen, dass die Arbeit nicht ins Private entgrenzt wird. Also, das Recht auf Home-Office soll kommen per Gesetz und zwar erstmal 24 Tage im Jahr. So sehen es die Pläne aus dem Arbeitsministerium vor. An meiner Seite heute der Soziologe Harald Welser. Brauchen wir das, ein Recht auf Home-Office? Naja, ich denke, das ist ein sehr sinnvoller Vorstoß, wie der dann ausgestaltet wird am Ende. Das ist vielleicht eine zweite Frage. Aber es ist ja schon gesagt worden, Home-Office ist in vielen Bereichen inzwischen eine Realität. Und diese Entwicklung, die dazu geführt hat, ist durch Corona unglaublich beschleunigt worden. Und das wird man nicht mehr zurückdrehen, weil es mit vielen Vorteilen verbunden ist. Also Kosteneinsparung für die Arbeitgeber, Einsparung von Büroflächen, reduzierte Mobilität. Es ist ja unglaublich, was für ein Rattenschwanz das nach sich zieht. Und deshalb wird man da nie wieder sozusagen auf den Status quo von vorher zurückkehren. Deswegen gibt es aber auch nicht wenige, die jetzt sagen, wenn das sowieso schon Realität ist und so viele Vorzüge damit verbunden sind, warum denkt der Staat, dass er da jetzt regulierend eingreifen muss? Ich habe mal zwei Stimmen dazu. Nämlich einmal der Ökonom Marcel Fratscher und vorweg Friedrich Merz. Merz mit E. Lassen wir das diejenigen entscheiden, die das entscheiden können. Und das sind die Belegschaften zusammen mit den Geschäftsführungen. Die wissen das besser als in jeder Amtsstube in Berlin. Das können vor allem viele kleinere Unternehmen gar nicht gewährleisten. Zudem ist die Arbeitszeitregelung zu stark, zu eng. Also das muss verbessert werden. Nur so kann man wirklich mittelfristig effektiv Homeoffice bereitstellen, sodass es dann auch funktioniert für die Arbeitgeber, aber eben auch für die Beschäftigten. Also das war Marcel Fratscher, jetzt der zweite Vorherr Friedrich Merz. Ist da was dran? Ach, ich finde das immer alles so erwartbar. Also natürlich ist das eine sozialdemokratische Maßnahme, die Hubertus Heil da auf den Weg bringt. Und da muss natürlich jemand wie Friedrich Merz rituell das einige dazu sagen. Ich würde das positiver interpretieren und sagen, der Vorstoß von Heil ist im Grunde genommen ein moderner Vorstoß. Er richtet sich sozusagen an das, was als Realität geschaffen worden ist und versucht dabei Arbeitnehmerrechte nicht aus den Augen zu verlieren. Dass das wie gesagt noch ausgestaltet werden muss, ist ja klar. Aber ich würde das erstmal als eine sehr realistische Haltung anerkennen. Und insofern, das ist man ja von der Sozialdemokratie nicht zwingend gewohnt, dass sie sozusagen auf Gegenwartsherausforderungen reagieren. Und insofern finde ich das eigentlich gut von Heil. Diese Spitze, glaube ich, hätte Friedrich Merz jetzt gefallen, die Sie da gerade geliefert haben. Dann nehmen wir es zurück. So wie wir jetzt gesprochen haben, geht man davon aus, Homeoffice ist ein Segen für die Beschäftigten. Aber man kann es natürlich auch als, Fluch ist vielleicht zu hart, aber auf jeden Fall als etwas begreifen. Man sagt, wow, das ist einerseits eine Entgrenzung der Arbeit, das ist aber auch eine Asozialisierung der Arbeit. Man ist raus aus einem Kolleginnenkreis, Kollegenkreis. Ich frage mich, ob man nach dieser Großerfahrung, die wir da gerade machen, vielleicht in diese Richtung viel mehr denken muss. Ja, aber da ist die Frage, wie. Also es ist ja zum Beispiel was sehr Interessantes. Ich habe ja vorhin schon den Mobilitätsaspekt erwähnt. Wenn man mehr Homeoffice hat, hat man weniger Mobilität. Jetzt muss man sich mal die ländlichen Gemeinden angucken. Was bedeutet das eigentlich, wenn Leute mehr zu Hause arbeiten? Da hatte ich unlängst eine interessante Diskussion in so einer kleinen Gemeinde, wo die gesagt haben, naja, es ist aber auch total langweilig. Und wie Sie eben gesagt haben, asozial alleine dort zu sitzen. Aber wir könnten doch auch unsere Gemeinde attraktiver machen, wenn wir ein Coworking-Haus einrichten. Wir haben sowieso Leerstand hier und es ist eh nichts los. Wir brauchen eh eine Vitalisierung unserer Gemeinde. Und bisher haben wir immer bei Coworking an Berlin oder andere Metropolen gedacht, das sind total hip Coworking-Spaces und so. Aber wenn man das Ding mal so dreht und sagt, man hat eigentlich ein neues Zentrum der Arbeit, auch in ländlichen Regionen, dann sieht man, welches Potenzial eigentlich da drin steckt. Also der Ort der Begegnung, die dann entstehen, gleichzeitig vermeidet man, ich denke jetzt mal an so Großmetropolen, die ja auch ein ganz krasses Verkehrsproblem durch Pendler haben. Sie haben, Entschuldigung, Sie haben natürlich auch eine Emissionsreduzierung, wenn die Leute weniger unterwegs sind. Sie können sich vorstellen, wenn Sie in einem Dorf so ein Coworking-Space haben, dann öffnet daneben ein Café, was einen Mittagstisch anbietet. All solche Sachen, da steckt was drin. Bleibt nochmal bei dieser Frage, was der Staat hinkriegt in Regelungen und was nicht. Ist die Arbeitswelt noch so vergleichbar und so allgemein regulierbar, dass man da jetzt zum Beispiel mit diesen 24 Tagen im Jahr erstmal reingehen kann? Weil ich habe manchmal die Befürchtung, dass wir, wir haben Arbeitsbereiche, wo wir auf ganz, also ganz klar Regulierung brauchen. Wir haben das im Fleischproduktionsbereich gesehen und dann haben wir Bereiche, die haben sich da sozusagen aus Wünschen beider Seiten, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer eigentlich schon entkoppelt, wo man wirklich sagen würde, lass das mal der Selbstorganisation. Naja, aber man muss natürlich sehen, Stichwort Entgrenzung der Arbeit, Stichwort Vereinzelung der Arbeitenden an ihrem Home-Arbeitsplatz, dass gewissermaßen die Durchsetzung von Rechten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern immer schwieriger wird, je vereinzelter die Arbeitsprozesse selber sind. Und also man hatte ja früher eine Arbeiterbewegung, ist ja historisch nur deswegen entstanden, weil die Leute in der Fabrik zusammen waren. Fabrik war eine Organisationsform, die hat es ermöglicht, dass sowas wie die Sozialdemokratie überhaupt erst organisiert entstanden ist. Heute ist es vereinzelt und es nimmt natürlich allerhand Machtpotenzial von Seiten der Arbeitenden einfach weg, zugunsten der sogenannten Arbeitgeber. Und insofern ist es, glaube ich, vernünftig, sich darüber Gedanken zu machen und erste Ansätze zur Regulierung tatsächlich zu schaffen. Und diese ersten Ansätze macht Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, der war übrigens heute Morgen im Deutschlandfunk im Interview. Und da hat er was Schönes gesagt, damit soll er jetzt hier mal das Schlusswort haben. Auch im Homeoffice ist irgendwann mal Feierabend. Wir schauen hier im Deutschlandfunk Kultur weiter auf die Themen des Tages mit Harald Welser, Mitbegründer und Direktor der gemeinnützigen Stiftung Futur II, Stiftung Zukunftsfähigkeit. Ich könnte auch sagen, wir schauen auf die Hiobsbotschaften rund um Corona. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, musste sich jetzt auch in Quarantäne begeben. Wenn wir auf die Dinge hier schauen, gleich drei aus schleswig-holsteinischer Perspektive mittlerweile vier Berliner Bezirke gelten als Risikogebiete. Und damit liegt unter anderem auch der Ort im Risikogebiet, an dem heute das Corona-Krisenkabinett zusammenkommt im Kanzleramt. Einer, der dabei sein wird, Vizekanzler Olaf Scholz, hat schon mal die Erwartung gedämpft, dass es bald so etwas wie eine Rückkehr zur alten Zeit geben wird. Selbst wenn wir wirksamere Therapien haben, als sie uns gegenwärtig zur Verfügung stehen und wenn wir einen Impfstoff haben oder mehrere Impfstoffe, dann wird es ganz lange brauchen, bis die für alle verfügbar gemacht worden sind, die so etwas haben wollen und haben sollten. Und das ist, glaube ich, was man sich merken muss, das wird noch bis in das nächste Jahr hinein dauern, dass wir mit dieser neuen Normalität umgehen müssen und auch mit dem Virus. Es ist nicht weg und eine große Gefahr für alle Menschen überall auf der Welt. Das sagt der Vizekanzler Olaf Scholz. Und ich frage mich, Harald Welzer, sollten wir uns darauf einstellen, der Herbst wird wahrscheinlich so sein wie das Frühjahr, zurück in diese Corona-Realität der Anfangstage? Naja, also zumindestens deuten die Steigerungszahlen natürlich darauf hin. Und es ist ja jetzt auch schon von jeder Seite gesagt worden, dass der Herbst in einer Hinsicht und der Winter besonders schlimmer wird als das Frühjahr. Aber eben die Verwiesenheit darauf, dass man drinnen ist und nicht wegen Wetter raus kann. Die ganzen Fragen ist die berühmte Durchlüftung der Klassenräume alles ungeklärt. Also insofern ist meine Vermutung sogar, es wird noch etwas weniger nett als im Frühjahr. Ich frage mich jetzt langsam, gerade weil im Frühjahr ja auch so ein Gefühl herrsche bei vielen von uns. Ich glaube, ich war einer der ganz schlimmen Fälle, der dachte ja ein paar Wochen, drei Wochen, vier Wochen und man natürlich so mit einem Ausnahmezustand umgehen kann. Aber wenn der Ausnahmezustand irgendwann so latent vorhanden ist, dass er die neue Realität wird, was verändert das? Naja, es verändert vielleicht die Laune und sozusagen den Enthusiasmus, was machen wir denn heute? Gehen wir heute Abend essen oder was weiß ich? Alle diese Dinge fallen natürlich mehr oder weniger weg, beziehungsweise sind eigentlich auch unerfreulich. Also ich bin Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel und mir macht das überhaupt keinen Spaß mehr, unterwegs zu sein und so. Und so wird es ja allen gehen in den Dingen, die sie schätzen. Da ist es halt schwierig. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob diese Kommunikation, wie Olaf Scholz das jetzt gesagt hat, eigentlich so besonders zielführend ist. Weil es ist ja mal so, wie es ist. Und es ist doch auch ganz gut, wenn Menschen Hoffnung darauf haben, dass der Impfstoff kommt, insbesondere Angehörige der Pflegeberufe, der Risikogruppen und so weiter. Also was jetzt diese neue Rhetorik soll, naja, glaubt da mal nicht zu viel. Es wird sowieso finster bleiben oder sowas. Das ist ja, glaube ich, für das politische Klima und für die emotionale Atmosphäre im Land ehrlich gesagt nicht besonders förderlich. Und im Übrigen, es geht das ja ein bisschen darauf zurück, dass unsere Medienvirologen ja neuerdings auch darauf bedacht sind, immer mal einen neuen Gesichtspunkt zu bringen. Und dieses Ding kommt meines Erachtens nach von Herrn Streeck, der ja mitgeteilt hat, selbst wenn es einen Impfstoff gibt, ist es noch gar und so weiter und so weiter. Und jetzt wird das alles wieder wiederholt. Also man kann ja mal mit dem Altkanzler Schröder sagen, man kann auch die Kirche mal im Dorf lassen und gucken, was an Entwicklung kommt. Und versuchen, sie so gut wie möglich zu bewältigen. Bingo, mehr kann man ja sowieso nicht machen. Ja, aber das, was Sie mit der Laune gesagt haben, die ist verdirbt. Wenn man das auf so einer individuellen Ebene sieht, ja, da kann man damit umgehen. Aber ich frage mich und ich frage Sie ja als promovierten Sozialpsychologen hier an dieser Stelle. Wenn so viele Menschen diese Erfahrung machen, hat das dann irgendwann, also droht die große gesellschaftliche Depression? Ich habe manchmal die Befürchtung. Das glaube ich nicht. Also es gab Gesellschaften, die sind schon mit viel, viel größeren Problemen umgegangen. Also bei uns kommt das so hart an, weil wir seit 70 Jahren auf der Insel der Glückseligkeit leben. Es gab wirklich, und da braucht man nur ein, zwei, drei Generationen zurückzugehen, sehr, sehr schwierige Situationen mit Armut, Massenarbeitslosigkeit, Kriegsfolgen, was immer Sie nehmen. Ja, und natürlich ist das jetzt unangenehm. Da müssen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten, findet auch jeder von uns. Aber ich finde es vielleicht auch mal interessant, vielleicht mal auf das Positive Bezug zu nehmen. Dass zum Beispiel eine wahnsinnig positive Erfahrung eigentlich sein kann, dass man die erste Welle in diesem Land mithilfe einer einverständigen und aufgeklärten Bevölkerung super bewältigt hat. Da kann man doch mal sagen, hey Leute, das war astrein, was ihr da gemacht habt. Was soll uns denn jetzt diese zweite Welle erschrecken? Wir bauen da noch mal auf und machen das noch mal besser. Sie erschreckt uns oder kann uns und soll uns erschrecken, wenn man weiß, dass diese Entbehrung, dass das eben nicht eine Sache war von zwei, drei, vier Monaten, sondern möglicherweise unter dem Strich ein Jahr länger als ein Jahr ist. Also ich finde, die Zeitperspektive spielt da schon eine Rolle. Ja, aber was soll man denn machen? Naja, ich glaube, ein vorsichtiger Gedanke, aber das ist natürlich wirklich Glatteis. Aber es wurde kolportiert damals, als die Entscheidung anstand, im Kanzleramt mit dem Ministerpräsidenten brauchen wir eine Ausgangssperre, wie in Italien beispielsweise damals im März, dass Angela Merkel das nicht wollte und sanftere Maßnahmen, das war dann das Kontaktverbot in Deutschland, weil sie gesagt hat, ich habe am Ende die Befürchtung, dass wir mehr Tote durch Selbstmord haben als durch Corona, wenn wir solche Maßnahmen ergreifen. Und ich frage mich jetzt, ob man sozusagen diese Abwägung auch vielleicht wieder neu diskutieren, neu austarieren muss. Ja, das ist ein weites Feld. Natürlich haben wir jede Menge psychosoziale Folgen durch das Ganze. Aber wir haben andererseits eine Situation, wo niemand genau weiß, wie die weitere Entwicklung sein wird. Entsprechend auch niemand weiß, was wirklich die 100 Prozent richtigen Maßnahmen sind. Und insofern scheint es mir, also mir gefällt eigentlich gut, was Jens Spahn macht, wenn er über die kommenden Impfungen so spricht, dass er sagt, da müssen Zentren eingerichtet werden im Schritt 1, im Schritt 2 muss überlegt werden, welche Gruppen werden bevorzugt und so weiter. Warum sage ich das? Weil für Menschen es extrem wichtig ist, einen Planungshorizont zu haben. Und wenn man sagt, das beginnt vielleicht im Januar, wenn wir Glück haben und dann sind wir mit den Risikogruppen im März durch und dann sehen wir weiter, dann hat man was, worauf man sich orientieren kann. Dieses ominöse Warnen und Mahnen und gleichzeitig irgendwie alles rauf und runter zu diskutieren, wie das ja gegenwärtig auch in den Talkshows passiert oder so, das bringt eher Unsicherheit und vielleicht auch mehr Motiv zur Unzufriedenheit. Insofern finde ich das eigentlich ungut. Planungssicherheit ist viel interessanter. Ihm geht es offenbar wieder ganz gut. Ich denke, ich bin bald zurück. Es ist Millionen von Leuten passiert und ich kämpfe für sie. Nicht nur in den USA, sondern für alle auf der ganzen Welt. Wir werden das Coronavirus besiegen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Wie auch immer ihr es nennen wollt. Donald Trump, der bekannteste Corona-Kranke der Welt, ist auf vielen Kanälen wieder unterwegs. Das war aus einer Videogrufsbotschaft. Aber der Präsident hat ja gestern auch so eine Art Wahlkampfstippvisite gemacht, trotz seiner Infektion mal eben raus mit der Limo und Anhängern zuwinken. Der Publizist Harald Welzer ist weiter mein Gast, Herr Welzer. Er ist und bleibt ein auffälliger Patient. Ja, ein sehr auffälliger Patient. Und das ist ja eigentlich etwas, worüber man sich mal mehr Gedanken machen müsste, weil Donald Trump, also wenn man das Ganze mal systemisch betrachtet, dann macht ja Donald Trump innerhalb eines Regierungssystems, innerhalb eines Gesellschaftssystems sozusagen ständig etwas, was niemand erwartet, beziehungsweise was zu den konventionellen Regeln nicht gehört. Wenn man ein Familiensystem hätte, dann wäre eine Person, die drogensüchtig ist oder Alkoholiker oder sowas ähnlich, eine Person, die den Betrieb stört, aber damit jede Aufmerksamkeit auf sich zieht und das Handeln aller um ihn rum auch bestimmt. Und das ist das, was Donald Trump schafft. Wenn man Spiegel Online anklickt oder irgendein beliebiges anderes Portal, sind die ersten fünf Artikel über Donald Trump. Wenn wir wissen, dass das wesentliche Merkmal von erfolgreicher Politik heute in der Medienwelt sozusagen ständige Aufmerksamkeit ist, in der Ökonomie der Aufmerksamkeit, dann ist Trump einfach unfassbar gut, das zu machen. Und zwar egal, was er macht, weil die einen empören sich darüber, die Zweiten wundern sich darüber, die Dritten finden es total toll. Aber es ändert überhaupt nichts daran, dass er die komplette Medienwelt vollständig dominiert. Und in dieser Form von politischer Kommunikation kann er überhaupt nichts Besseres machen. Und es ist sozusagen immer viel zu kurz gesprungen, wenn auch wir jetzt sozusagen in der deutschen Medienlandschaft ständig das Rätselraten machen, was hat Trump jetzt damit wohl wieder gemeint? Oder ist er jetzt womöglich damit zu weit gegangen? Oder hat er überhaupt Corona oder gar nicht? Und darf man sich darüber freuen oder aber nicht? Und so, und das heißt immer nur, der Typ gewinnt. Er gewinnt pausenlos. Das heißt, was ist die beste Strategie? Sollten wir jetzt einfach am besten schweigen über ihn? Nee, ich glaube, zunächst mal ist es analytisch so, das habe ich aber hier in dieser Sendung auch schon mal gesagt. Ich glaube, das ist das Problem, dass wir bei Donald Trump alle das Gefühl haben. Richtig. Wir haben vieles schon mal gesagt. Wir haben schon so ähnlich wie über Corona. Er hat das eigentlich alles schon mal gesagt. Aber der Witz ist, dass man wirklich verstehen muss, es handelt sich hier um einen anderen Typus von Politik. Es geht, wir haben traditionell in Europa und bis zu Trump auch in den USA immer die Vorstellung gehabt, dass Menschen, die gewählt werden, darauf aus sind, integrativ zu agieren. Das ist das Wesensmerkmal einer parlamentarischen Demokratie, einer rechtsstaatlichen Ordnung. Man versucht auch diejenigen, die zur Opposition gehören und so weiter, zu integrieren. Man versucht auch, die Demokratie am Leben zu erhalten. Das ist die traditionelle Aufgabe. Jetzt haben wir einen Politikertypus, der versucht, Demokratie zu zerstören. Und alles, was er tut, lässt sich halt mit den konventionellen Interpretationen überhaupt nicht erfassen. Deshalb ist sozusagen das Rätselraten darüber, was hat er jetzt damit wieder gemeint? Das ist sozusagen noch alte Welt, anstatt zu sehen, jetzt macht er wieder den nächsten Akt der Zerstörung von Demokratie. Das wäre vom Verständnis her näher dran. Und dann sitzt man nicht sozusagen künstlich verrätselt davor, komisch, warum wählen die den eigentlich, obwohl der nun wirklich das sozusagen in jeder Hinsicht indiskutabel ist, sondern man käme näher an das Phänomen ran. Und vielleicht noch einen anderen Aspekt, wenn ich denen sagen darf, wie verhängnisvoll das ist, sieht man an den Demokraten in den USA. Joe Biden finden wir nur deswegen gut, weil Donald Trump noch viel schlimmer ist. Ansonsten ist es ja ein Politikertypus, der bringt nichts für die Entwicklung von Demokratie und so weiter. Und der spielt das Spiel mit, wie man in der Fernsehdiskussion gesehen hat. Also ein Präsidentschaftskandidat der Demokraten, der sagt, shut up, man, halt deine Klappe, man. Das ist etwas, wo man sieht, wie erfolgreich Trump ist, wie der die politische Landschaft verändert hat, wenn so etwas möglich ist. Anstatt dass dieser Biden sagt, Entschuldigung, auf diese Art diskutiere ich nicht, breche ich jetzt diese Diskussion ab. Ja, nächste Chance in, ich glaube, zehn Tagen. Das ist das zweite Duell. So ist denn Donald Trump es dahin wieder gut genug geht. Aber auch das ist ja das Interessante, auch allein diese ganzen Spekulationen des Wochenende über, wo bei mir der Gedanke kam, wenn wir so aus den Vereinigten Staaten von Amerika berichten, könnte es sein, dass es eine Falschmeldung ist oder nicht. Das beschreibt eben auch den schlimmen Zustand, dass wir mittlerweile da Parameter anlegen, wie wir sie sonst eigentlich bei Bananenrepubliken anlegen. Absolut. Also das meine ich ja. Und wir haben ja eben das Problem, dass dann solche Regelverletzer das Spiel insgesamt bestimmen, mit neuen Regeln ausstatten. Das meinte ich eben. Wieso lässt sich Biden auf diese Form von Rhetorik ein? Wieso lassen sich die Demokraten auf einen Wahlkampf ein, wo sie selber, genauso wie Trump, mit Licht und Schatten, das ist das Reich des Lichtes, das ist das Reich des Schattens, gut und böse, solche total bekloppten, spalterischen Rhetoriken, die mit Demokratie nichts zu tun haben, reproduzieren die einfach und die deutsche Qualitätspresse sagt, oh, was für ein interessanter Wahlkampf von den Demokraten. Und es ist für mich unverständlich, wieso man diese Dimensionen nicht erkennt. Zu Gast heute Harald Welzer, Autor zuletzt von Alles könnte anders sein, eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen, wie das neue Buch heißt, das sich, glaube ich, in drei Tagen erscheint. Das verrate ich Ihnen später in dieser Sendung. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages. Heute ist der Auftakt der Nobelpreiswoche. Vor einer Stunde haben wir erfahren, wer den diesjährigen Nobelpreis für Medizin erhält. Drei Männer, Harvey J. Alter, Charles M. Rice, beide aus den Vereinigten Staaten von Amerika und Michael Newton aus Großbritannien. Ich sage Ihnen die Namen, alles Weitere sagt uns mein Kollege Michael Lange, jetzt zugeschaltet. Herr Lange, wofür gibt es diese Ehrung? Für die Erforschung und im Grunde genommen auch für den Nachweis und die Bekämpfung der Krankheit Hepatitis C, eine sehr schlimme Lebererkrankung, die seit Jahrzehnten schleichend sich immer weiter verbreitet hat. Die Zahlen sind wirklich erschreckend. 70 Millionen Infizierte hat es da schon gegeben und 400.000 Tote im Jahr. Also das ist nicht ganz Corona-Niveau, aber es ist ja über Jahrzehnte eine wirklich schlimme Krankheit gewesen, muss man sagen. So langsam gibt es immer bessere Medikamente und man weiß inzwischen auch, dass die wirken. Und daran haben die drei, die jetzt ausgezeichnet werden, einen ganz großen Anteil. Ich habe ja jetzt im Laufe dieses Vormittags die Vermutung gehabt, na, wir sind hier vielleicht ganz schnell und da sind Virologen ganz vorne mit dabei, die jetzt vielleicht in Sachen Corona unterwegs waren, aber die standen da jetzt nicht auf der Liste. Die standen nicht auf der Liste. Die Forschungen sind schon über 30 Jahre her. Also der entscheidende Schritt, der Nachweis dieses Virus, das ist nicht Hepatitis A und Hepatitis B, die kannte man schon. Die sind ja bekannt. Hepatitis A wird durch die Ernährung, durch eine Infektion, die im Essen drin steckt, übertragen. Hepatitis B durch Sexualkontakte oder auch durch Blut. Und da war aber noch was, das sehr häufig durch Bluttransfusionen übertragen wurden. Das kannte man nicht und das nannte man Non A, Non B. Und einer der Wissenschaftler, Harvey Alter, der hat nachgewiesen, dass das noch ein drittes Virus ist, ein ganz anderes. Der zweite, Michael Houghton, der Brite, der jetzt in Kanada forscht, der hat rausgefunden, was das genau für ein Virus ist, was die Virusequenz ist. Das ging übrigens bei Corona jetzt innerhalb von Wochen. Der hat da jahrelang dran geforscht. Der musste die ganzen Methoden erst entwickeln. Und insofern ist es auch ein bisschen im Preis an Corona, an die Corona-Forschung, weil der wirklich die Methoden in den 90er-Jahren eingesetzt hat, die jetzt in der Corona-Forschung auch zum Erfolg führten. Nur das war in den 90ern natürlich alles viel, viel schwieriger. Das war ein wirklicher Pionier. Und Charles Rice, der hat da noch den dritten Schritt gemacht, auch gezeigt, dass dieses Virus tatsächlich die Krankheit übertragt und dass es allein für die Krankheit verantwortlich ist. Das ist das letzte Kochsche Postulat, wie die Mediziner sagen. Also damit war klar, da ist das böse Virus, so sieht es aus. Und dann konnten auch Medikamente entwickelt werden. Und die sind in den letzten zehn Jahren wirklich gekommen. Und die waren zuerst sehr teuer und wurden dann preiswerter. Und inzwischen sind diese Medikamente tatsächlich so gut, dass sie bei 95 Prozent der Patienten helfen. Und da können wirklich hunderttausende Menschenleben gerettet werden. Insofern auch ein verdienter Nobelpreis. Harald Welzer, Sie haben gerade sehr aufmerksam, intensiv zugehört. Sie sind ein Mann der Wissenschaft, wenn auch nicht der Medizin. Wie wichtig sind denn solche Preise? Gerade der Nobelpreis natürlich als einer der wichtigsten Preise. Gerade, ich habe jetzt so den Eindruck, da wird etwas geehrt, was auch schon abgeschlossen ist. Also wo man auch ganz klar weiß, das sind die Benefits. Jetzt, das ist das Gute. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gar nicht unklug, das erst nach einer gewissen Spanne überhaupt zu verleihen. Weil es gibt natürlich auch wissenschaftliche Erfolge, die sich nach einiger Zeit als nichtig herausstellen. Und so müsste man sich auch darüber Gedanken machen in dem Zusammenhang, wie präzise sind eigentlich die Preise, die vergeben werden. Also da kann man sich ja, liegen ja Lichtjahre Unterschied zwischen einem Literaturpreis und einem Preis für Medizin. Bei der Medizin können wir wirklich objektiv messen, wie ja eben der Kollege Lange das auch ausgeführt hat, wie viele Patienten werden eigentlich daraus gerettet? Ja, welche Erleichterungen im Heilungsprozess oder bei chronischen Krankheiten gibt es? Das lässt sich genau feststellen, während wir es in den Wirtschaftswissenschaften oder Literatur, ja mein Gott. Oder beim Frieden, ja. Ja, der Frieden ist ja auch schon sehr problematisch vergeben worden, wie wir wissen. Also insofern, tja, also das hier leuchtet mir total ein, aber als absoluter Laie. Wahrscheinlich würden jetzt eine Million Mediziner sagen, aber mein Gott, da gab es doch was viel Wichtigeres oder so. Das ist natürlich immer auch noch ein bisschen Anschauungssache. Was ist jetzt wichtig? Für Virologen hat es schon relativ viele Nobelpreise gegeben. Aber in diesem Fall ist es wirklich so, das hilft Menschen. Und da haben Sie ja, Welser, völlig recht. Es ist so, dass man das heute sehen kann nach 30 Jahren. Wenn das Nobelkomitee Forschung nimmt, die erst zehn Jahre alt ist oder auch nur ein Jahr er alt, dann weiß man es einfach nicht. Also bei der Corona weiß man nicht, was war das Wichtigste und was war wirklich Teamwork und was waren die entscheidenden Gedanken. Das liegt so lang zurück. Die sind inzwischen alle Rentner, können sich drüber freuen über den Preis und haben ihn zurecht bekommen. Aber man hätte ihn natürlich auch anders vergeben können. Es gibt inzwischen, so sage ich immer, so eine Warteliste. Da sind wirklich einige, die sind über 70. Wenn Sie ihn jetzt nicht kriegen, wann sollen Sie ihn dann kriegen? Also insofern, da wird schon noch eine Menge abgearbeitet aus den 80er und 90er Jahren. Das finde ich beruhigend, dass es auch beim Nobelpreis für Medizin offenbar einen Warteraum gibt. Er ist vergeben worden an drei Männer für die Entdeckung und auch die Bekämpfung des Hepatitis C-Virus. Michael Lange, vielen Dank für diese Information. Gerne. Und Harald Welser, danke bis hierhin. Extinction Rebellion, die Umweltgruppe, hat heute Morgen schon an vielen Orten den Verkehr lahmgelegt. Unter anderem in Berlin vor verschiedenen Ministerien. Stopp die Zerstörung ist Motto, ist auch Hashtag auf Twitter. Die ganze Woche soll es Protestaktionen geben. Darüber sprechen wir jetzt mit Harald Welser. Und wenn man sich Ihr Engagement so als Wissenschaftler und Publizist für das Klima anschaut, würde ich erst mal sagen, in den Zielen dürften Sie übereinstimmen. Wie ist es mit den Methoden? Extinction Rebellion ist ja recht radikal und rigoros. Naja, ich glaube, die sind ja national unterschiedlich aufgestellt. Ich glaube, in Großbritannien, wo sie ursprünglich herkommen, fällt das deutlich radikaler aus. Ich kann das nur sagen, dass ich hier, das hätte ich fast gesagt, in der ersten Welle, als Sie hier in Berlin vor Corona demonstriert haben, den Potsdamer Platz besetzt haben und so, und den großen Stern, das war eigentlich klassisch. Das war klassischer Protest, wie wir das von der Anti-AKW-Bewegung vor 40 Jahren kannten, von der Friedensbewegung und so weiter. Weil Sie argumentieren ja mit zivilem Ungehorsam als politisches Mittel. Und dazu gehört es, nun, da sind die Autofahrer dann betrübt drüber, aber es gehört gewissermaßen zum zivilen Ungehorsam, den Normalbetrieb zu stören, aufzuhalten, Aufmerksamkeit dadurch zu erzielen, vielleicht auch ein bisschen den Versuch zu machen, Macht auszuüben auf diese Art und Weise. Und jedenfalls, so wie ich das in der ersten Variante beobachtet habe, ist das im Grunde genommen ein konventioneller Protest. Da ist nichts Neues dran. Also okay. Auch nichts Gewalttätiges. Das erschien mir irgendwie friedvoll und okay. Und dann? Also Sie betonen das so in der ersten Welle. Naja, wir haben ja dann, eine Phase kann man ja nicht sagen, weil jetzt erst mal durch Corona gar nichts passiert ist in der Zwischenzeit. Aber es wurde ja deutlich, dass die Vordenker in Großbritannien doch ein Gedankengut pflegen, was ich eher als Faschistoid bezeichnen würde, weshalb sich hier die Akteure in Deutschland auch sofort abgegrenzt haben. Aber es ist natürlich etwas, sagen wir mal, mit einem Geruch dann versehen, wenn man also dann sozusagen antidemokratische Tendenzen da hat. Wenn man versucht, eine ganze politische, wie soll man sagen, einen politischen Handlungsraum zu reduzieren auf ein einziges Thema, dann habe ich immer Schwierigkeiten, auch bei den von mir ungeheuer geschätzten Fridays for Future, dass sie so ungeheuer wissenschaftsfixiert sind. Und das Ganze der Gesellschaft, was ja an vielen Stellen verändert werden muss, was man auch als eine große gesellschaftliche Aufgabe definieren kann, immer reduzieren auf das CO2, auch mit der Fiktion. Wenn wir das Problem erledigt haben, dann ist alles wieder gut. Das ist ja Quatsch. Man könnte natürlich sagen, dieses Problem ist nicht alles, aber ohne die Lösung dieses Problems ist alles nichts. Naja gut, das ist so, wie hat die Kanzlerin mal gesagt, Wachstum ist nicht alles, aber ohne Wachstum ist alles nichts. Das sind so diese Sätze. Aber ich habe große Sympathien für einen Generationenprotest, sagen wir es mal so. Weil diese Generation, die da jetzt auf die Straße geht, hat alles Recht zu protestieren, weil ihr tatsächlich die Zukunft genommen wird. Und dann muss man halt gucken, ob die Formen, in denen sie das tun, solche sind, wo man jetzt als Anhänger des Rechtsstaates und der Demokratie sagen kann, okay, das ist ziviler Ungehorsam, das kann man auf jeden Fall machen. Oder werden hier Grenzen überschritten, wo man sagt, da denkt man nochmal drüber nach. Harald Welzer, Mitbegründer und Vorsitzender der Stiftung Futur 2, ist mein Gast, war mein Gast, muss ich jetzt fast sagen. Wir sagen Tschüss, aber nicht ohne darauf hinzuweisen. Ich habe es gesagt, ihr neues Buch ist sogar bereits erschienen. Gemeinsam mit Michel Friedmann, Zeitenwende, der Angriff auf Demokratie und Menschenrechte. Der Michel Friedmann? Naja, klar, der Michel Friedmann. Und das ist eigentlich, glaube ich, insofern interessant, weil Michel Friedmann von seiner politischen Orientierung ja eher konservativ ist. Und dem Spektrum würde ich nicht zugeordnet normalerweise. Und das war eine interessante Auseinandersetzung über das Thema Demokratie, Bewahrung und Modernisierung von Demokratie gemeinsam ein Buch zu machen. Okay, interessant. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, Harald Welzer, geht jetzt hier gleich ins nächste Studio, erzählt den Kollegen der Lesart. Davon können Sie hören am Samstag und natürlich jederzeit online finden. Für heute sage ich Dankeschön und Tschüss. Sehr gern.